Nein! Macht euch bereit! Oh, lieber Gott! Was gibt's? Ich will kämpfen! Was für ein Spaß! Und los! Ja, das ist klar! Na, alles klar! Was ist denn gestalt? Nein, nein! Wenn's sein muss! Oha! Bei ihm ist die Achel! Ich sterbe! Nächste Aufgabe! Auf dem Weg! Hallo! Ich stehe in eurer Schuld! Ach gut, ich kann es schwer beschleunigen! Ja! Hört sich gut an! Ich will kämpfen! Kommt! Okay! Macht euch bereit! Macht euch bereit! Ich will kämpfen! Na, alles klar! Ich stehe in eurer Schuld! Auf dem Weg! Macht euch bereit! Macht euch bereit! Da lang! Auf dem Weg! Ich will kämpfen! Dann geht's los! Dann geht's los! Plaster! Und Action! Oh nein, der Astrid ist auch tot Oh nein, der Astrid ist auch tot Ich will kämpfen Ich will kämpfen Nächste Aufgabe Auf dem Weg Okay Aber Jan Was für ein Spaß Was gibt's zu tun Hey, wo erwartet ihr? Hallo Nächste Aufgabe Der Duide steht euch zu lieb Ich stehe in eurer Schuld Es ist eine Ehre Auf Stufe 3 Wir leben so wie Aayla aus Stufe 5 Hey, wo erwartet ihr? Geht's los? Da lan Auf dem Weg Auf dem Weg Die Zeit läuft uns davon Wir müssen jetzt in den Krater Ich weiß wir arbeiten ja dran Aber die C's wollen die Tore nicht freiwillig öffnen Was für ein Spaß Was für ein Spaß Ah, okay Da lang Platz da Ja, auf Zeit geht's ja jetzt nicht mehr Auf dem Weg Platz da Da lang Da ich ja diesen Vorgang unterbrochen habe Platz da Platz da Platz da Platz da Da lan Auf dem Weg Hey, wo erwartet ihr? Hey, wo erwartet ihr? Und los! Was für ein Spaß Was für ein Spaß Was für ein Spaß Da lang Kommt Auf dem Weg Auf dem Weg Auf dem Weg Kommt Oh wei Auf dem Weg Geil Platz da Ah Ah Segel gehisst Gegen die Wellen Regel gesetzt Ja Boah nein 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 Geht es nochmal nachter und die Und die Panzer können gleich die Türme mal angreifen Genau Mit dessen versuche ich dann meine Einheit nach nach drüben zu schiffen Wo hockt er echt da hinten drauf? Geht's los? Kommt Ich bin dabei Ich bin dabei Ich bin dabei Auf dem Weg Platz da Kommt Kommt Allzeit bereit. Ich liebe diese Aufgabe. Nächste Aufgabe. Macht euch bereit. Was ist gut? Jetzt aber nicht. Geht bereit. Ich gehe vor. Auf dem Weg. Geht's los? Ich mag das. Rock'n'Roll! Okay. Endlich Action! Ich spüre die Kraft. Nächste Aufgabe. Rock'n'Roll! Macht euch bereit. Ja. Segel gehisst. Alles fließt. Belöse die Unterstützung gegen die Welt. 會govtale Erắpامaden über Steuzeu Hell House Royce v abajo. Haft i. Ja, these nirgends. Ah, alles klar. Platz da. Auf dem Weg. BEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE, IJAH! Ich habe eine ... Ich kann dispeln. Der Rest zusätzlich ihm jetzt mal malалась. Wenn euch Trink helfen. Ah, alles klar. Sie dürfen nicht entkommen. Endlich Action! Ah, alles klar. Was für ein Spaß! Was für ein Spaß! Hey, worauf wartet ihr? Nächste Aufgabe. Rock'n'Roll! Ja. Ein Vortreffer. Wann? Macht euch bereit. Und los! Na, alles klar. Geht's los? Auf dem Weg. Und los! Hey, worauf wartet ihr? Ich mag das. Hey, worauf wartet ihr? Wie stehe ihr in eurer Schuld? Moment. Gegen, über, was für Angriffen, was? Ah, erhöht ihr die Rüstungspielte bei allen Einheiten des Spielsatzes. Aber ja. Verschieße! Macht euch bereit. Geht's! Da lang! Siegel gehisst! Die Truppen brauchen mich! Wir fahren los! Wir fahren los! Wissen ist Macht! Der Weg ist das Ziel! Alles ließ! Göttling Reuter auftrainiert! Bereitschaft! Göttling Reuter auftrainiert! Befehle! Anweisungen! Befehle! Ich hätte schon misstrauisch werden sollen, als es bei der Busterung hieß. Hey, du! Bist du Schützenrekrut? Heb doch mal die Handelsstange hier hoch! Und jetzt schleppe ich hier ein 35 Kilo schweres Gerät durch die Gegend! Steigt ein! Steigt ein! Siegel gehisst! Wir arbeiten mit Falttechnik! Deshalb passt alles hier rein! Ein Flametrike kann man auf Aktentaschengröße falten! Mit unseren Tieren haben wir das auch versucht! Aber da arbeiten wir noch dran! Wir arbeiten mit Falttechnik! Mit unseren Tieren haben wir das auch versucht! Aber es hat nicht so ganz funktioniert! Hm! Darum müssen wir jetzt noch dran arbeiten! Okay! Hm! Ich will nicht wissen, was da nicht funktioniert hat! Eiskalt! Siegel gehisst! Borgenschützchen bereit! Borgenschützchen bereit! Borgenschützchen ausgebildet! Also jetzt scheinen sie uns ernst zu nehmen! Also als ich das hier zum ersten Mal gespielt habe, habe ich das mit den Wüstenreitern hier auch gemacht! Borgenschützchen bereit! Borgenschützchen bereit! Borgenschützchen bereit! Borgenschützchen bereit! Still und heimlich! Weiter so! Still und heimlich! Es kann nur ein G- Strike fährt los! Hauptsache Schwarz oder Pijama Hauptsache Schwarz oder Pijama es kann nur einen geben Hauptsache Schwarz egal Hauptsache Schwarz Zögert nicht Feuer bereit Bereit! Neue Ziele? Wünsche? Tief durchatmen Schließe die Augen Das bedeutet die Statt Ich will kämpfen und los Endlich Action Aber Jan Schieße Macht euch bereit Ich will kämpfen Bei Aydan ist der Kopfschuss Nächste Aufgabe Also ich würde eigenes Kind schreiben statt sehr hohem Schaden enorm Schaden Gute Gedanken Gute Gedanken Ich mach das Gnau getroffen Gnau getroffen Gnau getroffen Ich finde den Weg Lässt dich machen Jetzt wird Beda noch geheilt Er nimmt natürlich 500 Schaden Kein Problem Eine Kluge Ich finde den Weg Gnau verletzt Gnau 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 Ich glaube Ja